Hallo Leute, grüßt euch wieder bei MyNextOne bei YouTube im Hardwarekanal. Aber wie ihr seht, Software-Time. Wir haben hier natürlich immer noch das Microsoft Windows 11 und jetzt geht es darum, einmal den Factory-Set zu machen oder es zurückzusetzen oder auf Werkseinstellungen zu setzen. Und das geht eigentlich fast genauso wie bei Windows 10. Schauen wir uns das Ganze jetzt einfach mal an. Wenn wir unten auf die Suche gehen und geben hier jetzt wahrscheinlich schon ein Zurück oder schon die ersten beiden Buchstaben. Vielleicht wird es bei mir auch schon direkt angezeigt, weil ich es schon mal komplett eingeben habe. Auf jeden Fall sehe ich dann den Reiter PC zurücksetzen. So klicke ich jetzt diesen Reiter an, habe ich hier auch schon, wie man sieht, diesen PC zurücksetzen und gehe natürlich an der Stelle genau da drauf. Ja und jetzt öffnet sich eigentlich schon das Menü, was ziemlich ähnlich aussieht wie bei Windows 10, wenn nicht sogar genauso. Hier kann man natürlich entscheiden, ob man eigene Dateien behalten möchte oder ob man wirklich alles entfernen möchte. Wir sagen natürlich an der Stelle, wir wollen einmal alles entfernen. Dauert ein Sekündchen. So, jetzt wird uns hier nochmal gefragt, ob wir natürlich die aktuellste Version einfach auf der Cloud nachladen wollen oder ob wir eine lokale Neuinstallation von diesem Gerät machen wollen. Tja, normalerweise könnte man ja eigentlich sagen, okay wir laden aus der Cloud direkt aktuellsten Sachen nach, aber in diesem Fall reicht vielleicht auch nur um es einmal zu sehen, die normale lokale Neuinstallation aus. Im Prinzip ist nachher beim Ablauf kein Unterschied, nur bei der Installation wird natürlich dann die aktuellste aus der Cloud geladen. So, jetzt werden wir darauf hingewiesen, was alles passiert und könnten noch so ein paar Einstellungen ändern. Das wollen wir aber alles gar nicht. Das bleibt alles so, wie es ist. Nur Dateien entfernen, die das schneller aber weniger sicher. Okay. Jawohl und jetzt sagen wir eigentlich nur noch auf weiter. Jetzt wird es vorbereitet. Jetzt werden wir noch einmal gewarnt. Tja und im Prinzip macht man jetzt eigentlich nichts mehr mit dem Rechner. Ich würde auch nicht mehr mit dem Computer jetzt arbeiten. Das heißt, ihr habt natürlich vorher alles gesichert oder an eine Seite gelegt, was ihr gerne behalten wolltet, weil jetzt gleich wird das Gerät natürlich komplett neu installiert. Warten wir es gerade einfach mal ab. Bin gespannt, wie lange dieser Vorgang so läuft. Wir müssen dazu sagen, wir haben in dem jetzigen PC, wo das gerade drauf läuft, ein M2.0 Riegel drin, das sind ja diese Riegel. Das ist dann unsere Festplatte. Das ist natürlich schon ziemlich schnell. Das heißt, wenn ihr hier eine SSD habt oder wenn ihr hier so noch eine HDD habt, dann könnte das bei euch an der Stelle natürlich alles viel, viel länger dauern. Müsste man immer ein bisschen an der Stelle berücksichtigen. Im Normalfall muss man ja gleich einfach nur noch zwei, dreimal Ja sagen. Man geht einfach weg, holt sich irgendwas zu knabbern, entspannt eine Runde und der Vorgang hier läuft von ganz alleine. Wie wir hier schon sehen, wird jetzt ein Neustart durchgeführt und der PC wird einfach komplett neu gestartet. Nicht wundern, dass da jetzt gerade stand, kein Signal. Klar, weil ein Neustart durchgeführt wird. Jetzt dauert es natürlich, dass der PC ich sag's mal so zurückgesetzt wird. Tja, jetzt werden wir natürlich gleich einmal das Zeitraffer anstellen. So, jetzt sind die 99% gerade umgewiesen. Das heißt, der Rechner startet jetzt neu und jetzt müssten wir eigentlich gleich in das Windows 11 Installationsmenü kommen. Jetzt sind wir mal gespannt. PC wird vorbereitet. So, nachdem wir anscheinend die 84% erreicht haben, kommt jetzt das Installationsmenü. Jetzt bin ich aber gespannt. Jawohl. Wunderschön im Windows 11 Style. Jawohl. Das sieht auf jeden Fall jetzt komplett anders aus oder ist auf jeden Fall überarbeitet worden. Hat so ein bisschen was, finde ich, von Android, wo man auch erst auswählt ist. Bei Deutschland und, 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 und. Aber, ja, starten wir mal durch. Deutschland, jo. Tastatur, natürlich auch auf Deutsch, klar. Nein, wir brauchen kein zweiteres Tastatur-Layout. Wir wollen nur das Deutsche benutzen. So, da wir jetzt mit dem Internet verbunden sind, bin ich einfach mal gespannt. Und, es werden auf Aktualisierung geprüft. Ja, den Vertrag stimmen wir natürlich zu. Benennen Sie Ihr Gerät. Ist erstmal nicht weiter wichtig, finde ich. Verwenden Sie einen eindeutigen Namen, der es leicht erkennbar macht, wenn Sie von anderen Geräten, okay. Es ist natürlich so, wenn ich nachher mal ein Netzwerk aufbaue und mein PC einen bestimmten Namen hat, wird er wahrscheinlich im Netzwerk darunter gefunden. Deswegen nenne ich ihn jetzt einfach mal PC. Okay, der Rechner wird neu gestartet. Schauen wir uns mal an, was wir hier jetzt noch zur Auswahl haben. Weitere Informationen. Was ist ein Microsoft-Konto? Okay. Anmelde-Option. Okay, haben wir auch keine weiteren zur Auswahl? Wenn wir auf Zurück gehen, kommen wir auch wieder an die Stelle von dem Microsoft-Konto. Das ist sehr interessant, weil jetzt wird man natürlich dazu gedrängt, ein Konto zu erstellen. So, was ich jetzt getan habe, ist hinten das Netzwerkkabel einfach mal entfernt. Bin nochmal auf Zurück gegangen. Benutzername, einfach nur Home, fertig. Ja, und komme jetzt, wie wir sehen, aus dem Menü von eben gerade raus. Es ist kein Netzwerkkabel mehr eingesteckt oder keine WLAN-Verbindung vorhanden. Und ich brauche mich nicht mehr bei meinem Microsoft-Account anmelden. Und genau das ist ja das, was wir wollen. Und jetzt sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass es ohne Account funktioniert. Genau, wir sind aus dem Menü raus, aus dem Sprung rausgesprungen. Und da muss man sich einfach merken, man geht an der Stelle auf Zurück, nimmt das Netzwerkkabel raus und geht dann auf Weiter. Und hier natürlich, nein, wir wollen nicht. Nein, wir wollen nicht. Nein, wir wollen nur die mindestens, also das Minimum am Daten versenden. Wollen wir auch nicht. Das wollen wir auch nicht. Wollen wir auch nicht. Also meine Tendenz ist dazu immer, alles zu verneinen. Ob nicht nachher doch noch irgendwas abgegriffen wird, kann man natürlich nie wissen, weil wir es ja nicht programmiert haben. Oh, schön blauen Hintergrund ist auch was Neues von Windows 11. Stark. Ich stelle mir an der Stelle, stelle ich mir immer die Fragen, wer sich das ausdenkt. Unglaublich. Gefühlt kommt mir das jetzt an der Stelle ein bisschen länger vor wie bei Windows 10, aber ich kann mich auch einfach irren. Die Frage, die sie natürlich auch stellte, warum sollte man jetzt in dem Moment, wo die Einrichtung kurz vorm Ende ist, den PC ausstellen? Tja gut, es scheint wohl Menschen zu geben, die sowas tun. Unglaublich. Na, wenn der Satz nicht gleich ist. So, und damit haben wir unser Windows 11 komplett zurückgesetzt und wie wir hier sehen, ist alles frisch installiert und wir können das komplett neu einrichten. Und das ist eigentlich auch schon alles, was wir machen mussten. An der Stelle, wo man aufpassen muss, ist wirklich das mit dem Internet, dass man da vielleicht einmal sein Kabel entfernt, damit man nicht dazu getriezt wird oder sich beim Microsoft-Konto anmelden muss, damit man dort unbedingt ein Konto hat, damit man die Installation auch ausführen kann. Das muss an der Stelle einfach nicht sein. Und hiermit ist die Installation von Windows 11 auch schon komplett abgeschlossen. Jetzt würde ich mir natürlich wieder mein Netzwerkkabel reinstecken, alle Updates nachladen, Software installieren, die ich brauche und ich hoffe, bei euch funktioniert es dann genauso gut wie bei mir und ich würde sagen, wir sehen uns. Damit bin ich raus. Lasst ein paar Kommentare da, holt euch ein Abo und was haltet ihr vom Windows 11? Schreibt es unten rein. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.